hallo ihr lieben jetzt kommt aber wirklich der letzte teil des anholz und hier habe ich auch noch ein paar schöne bücher dabei und ja vielleicht ist da ja noch was für euch dabei von pem jenhoff töchter der lüfte aus dem aufbau taschenbuch verlag ein historischer roman dann von ulrike gerold und wolfram hänel allee unserer träume da finde ich das cover so toll dann von mary sims ist der sommer der stern schnuppen dann die reihe von cimenta young into the deep und out of the cellos von simone van der flacht klassentreffen von mary sims ist der sommer der blaubeeren noch einmal wisper von isabel abedien einer anderen version von kessin shepherd krähen mutter und von mark roderick das ist allerdings ein leseexemplar post mortem tränen aus blut so das war es jetzt aber wirklich und jetzt meldet euch fleißig damit ich ja mal hier ein bisschen klatschiff machen kann bis dahin tschüss 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 tschüss